So, willkommen zurück zu FIFA 17 Demo für den PC. Ich habe mir überlegt, ich mache einfach hier nochmal eine Runde, weil letzte Runde war ja schlimm. Komm, wir machen einfach mal zufällig. Das war das. Und das machen wir auch mal zufällig. Ja, lohnt sich. Okay, dann lassen wir das alles mal so. Oh, los jetzt. Das brechen wir mal ab hier. Und los jetzt. Alan Smith ist mit mir. Willkommen zu Ihnen. Harry Sajamatt, heute, involviert in our match versus Manchester United. There's no doubt that Manchester United are a wonderful commercial organisation. They certainly know how to make the money. But spending it is difficult for all the clubs now. Is it still like the same pool of players you got a bid for? Yeah, quiet and I spent a good deal of money. And not all of it successfully. It has to be said. That's the difficult bit. Spending that cash wisely. Oh, die Gesichter sind schon mal geil aus. Okay, dann wollen wir mal. Puh. Wo ist jetzt? Na komm, ey, ey. Bist du schon da? Na, geht da ran. Oh, fuck, ey. Render, render, render. Oh, man. Komm, komm, komm. Boah, ey, der hier ist keine Sau. Ach, der gibt's nicht. Seine Frösse kann er sich sparen. Oh, komm. Oh, ey. Oh, ist der dämlich, ey. Ey, Leute. Ey, was ist denn hier, Vater? Ran hier. Oh. Das war da richtig scheiße. Komm, 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 komm. Oh, jetzt so. Oh, jawohl. Jawohl. Sehr schön. So muss er sein. So muss er sein. is das frolasse. Komm, 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 komm. Na, verdammt. Na. Oh. Mann, geht doch da endlich mal ran, ey. Da steht mal wieder keiner so. Dankeschön. Komm, wach hin, ey. Ja. Jawohl. Na, komm. Oh, Mist. Zwei Minuten Nachspielzeit, ey. Gut. Erledigt. Ich würde sagen, machen wir hier gleich weiter. Keine Zeit zu verlieren hier. Oh, verdammt. Boah. Ah, komm jetzt runter, wunderbar. Ach, scheiße. Ach. Jawohl. Oh, was. Boah. Komm, mach later. Oh, ohne Wechsel, ey. Jetzt knalligt er den Grin, ey. Boah. Fucking upsides, ey. Na. Ach, was mach ich denn? Sag mal, stehen die alle nur rum oder was? Oh Mann, ey. Ey, geht doch mal da ran, Leute. Oh, scheiße, ey. Komm, Ferien-Scheißball. Ach, da war nichts. Oh, siehst du schon, steht da wieder. Ah, die blöde Drechsel, ey. Blöde Drechsel. Ja, freut mich auch. Ha. Wird dem bisschen laufen. Guck mal. Das schaffen die nicht mehr auf keinen Fall. Oh, verdammt. Sehr schön. Oh, der war geil. Ah, schade. Abseits. Komm. Knadelinde, denk. Geil, das war. Geil, das war. Dann würde ich sagen. Jetzt sehen wir uns im nächsten Part und reingehauen. Geil, das war. Geil, das war. Geil, das war. Geil, das war.